ARD Text im Auftrag von Funk Alles klar. Na ja, dann legt er mal los. Wo könnte man hin? Ich muss hier... ...nicht ins andere Gebiet. Äh, äh... Also hier, bin ich jetzt hier? Nein, bin ich nicht. Jetzt bin ich ja schon wieder... Huka, Huka. Ich fahre. Chicas, einsteige bitte. Alles gut, fahr los. Was ist hier runter? Nein. Also hier landet man, wenn man die Aufgabe erledigt hat. Hier bin ich jetzt. Dann überfallen wir mal das da. Aber besser gesagt, ich muss diese Information holen. Ja. 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 Da unten bin ich gestorben. Fass. Hab noch einen Tango. Hier ist einer dieser Kartellorden. Den wird ein Sicario vermissen. Da unten bin ich. Was ist denn hier passiert? Das GPS sagt, dass er heißt Yupil. Keine Anzeichen von Kämpfen. Die reinste Geisterstadt. Das Kartell oder die Hunde. Eins von beiden hat alle verjagt. So. 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 gut auf die wissen dass irgendwas los ist. Na kaum kann ich nicht markiere. Das ging aber schnell. Geh in Position. Bin schussbereit. Abonniert. Ja, wir haben die Hörige, die Hörige zu haben, und es gibt nichts. Wir werden uns mit den Hörigen suchen und mit dem Rastro. Geh in Position. Gebt Zeichen. Hab einen erwischt. Sie beruhigen sich. Die denken wir wären fort. Roger, ich gehe in Position. Gebt Zeichen, Boss. Ich gehe in Position. Die holen wir uns alle. Na komm schon, wie lange muss ich warten, bis das markiert werden kann. Die holen wir uns alle. Verstanden, unterwegs. Bereit für den Angriff. Bleibt schön hier. Okay, dann holen wir noch den da. Geh in Position. Dann holen wir mal querfeldein. Vorsichtig, runter, schön. Links oder rechts? Haltet die Knarren unten. Wir wollen Sie nicht erschrecken. Was? Granate fliegt. Ach du Scheiße. Spin ich? Das war ein Zivilist, du Idiot. Ja, eine. Ich hab den nicht gesehen. Was? Ich muss da hin. Nein, ich hab den Hobbesque. Los que estamos con ustedes. ¿Cómo es, cumpa? Oiga, ¿ya huyó de ese hombre que dice que inmortal? Que le disparen y que las balas se le resbalan y que no sé qué. No, mi cuate, ¿pero qué me cuentas? No, se está confundiendo, de lo que se habla es de un gato. Ya pues, ¿saben lo que dicen? Un gato tiene siete vidas. No, no es un hombre, es un gil de mierda que trabaja con los de la blanca. Ha intentado matar y siempre sobrevive. Ya pues, no es cierto, han de ser puros cuentos. No, en serio. Dicen que hasta lo han encargado ya dos veces y vuelve a salir. No, esa no me la creo. Bueno, pero ya vamos a echar un platito, ¿ya? Y me sigue contando. Gracias. Vierk, look. ¿Qué tal? ¿Cómo es, compa? Oiga, oiga, ya huyó de ese hombre que dice que inmortal. Que le disparen y que las balas se le resbalan y que no sé qué. No, mi cuate, ¿pero qué me cuenta? No, se está confundiendo, de lo que se habla es de un gato. Ya pues, ¿saben lo que dicen? Un gato tiene siete vidas. No, no es su nombre, es un gil de mierda que trabaja con los de la blanca. Ha intentado matar y siempre sobrevive. Ya pues, no es cierto, han de ser puros cuentos. No, en serio. Dicen que hasta lo han enterrado ya dos veces y vuelve a salir. No, esa no me la creo. Bueno, pero ya vamos a echar un platito, ¿ya? Y me sigue contando. ¿Cómo es, compa? Oiga, ya huyó de ese hombre que dice que inmortal. Que le disparen y que las balas se le resbalan y que no sé qué. No, mi cuate, ¿pero qué me cuenta? No, se está confundiendo, de lo que se habla es de un gato. Ya pues, ¿saben lo que dicen? Un gato tiene siete vidas. No, no es su nombre, es un gil de mierda que trabaja con los de la blanca. Chango es todo. Y siempre sobrevive. Ya pues, no es cierto, han de ser puros cuentos. ¿No, en serio? Dicen que hasta lo han enterrado ya dos veces y vuelve a salir. No, eso no, la creo. Bueno, pero ya vamos a echar un platito ya y me sigue contando. Festhalten, Leute. Oh, nie darf ich fahren, nur wegen dem einen Mahl. Was heißt denn, wo muss Kumpa? Ich meine, immer der Philipp sagt etwas zu mir. Ja klar, alles klar. Ja, das stimmt. Ha de sein puros cuentos. Ja klar, alles klar. Ja klar, alles klar. Ja klar, alles klar. Na komm. Steig ein. Holen wir uns den Punkt. Ihr kennt mich mal. Hey, da sind Feinde. Hey, wir haben einen Narko. Wo hast du sie? Da, auf dem Friedhof. Ja, einer. Alles klar unterwegs. Bereit, auf dein Befehl. Ja, bitte schön. Los. Er ist erledigt. Herr Befehl. Danke. Ja, Mann. Ich habe ein Ziel mit Maschinenpistolen. Ich sehe einen Hauptmann. Gehe in Position. Bin schussbereit. Gehe in Position. Los geht's! The enemy is! Use yourself! Shit! Diamonds! Nein. What am I going to do now?! You get the shit out of me! Let's teach you who he is! Disparen! In Position. Ich glaube, das waren alle. Danke schön. Danke schön. Okay, Wiederbelebungstempo. Nein, extra. Nein, extra. Nein, extra. Okay. 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 Okay.